Ich habe das Gefühl, wir werden alle menschlicher und glücklicher und sozialkompetenter. Das ist der Ort, wo wir fühlen können und es ist aber auch der Ort für unsere Werte, für den Sinn und für die Menschlichkeit. Für mich ist es Jack ein Ort, wo eine neue Kultur und eine neue nachhaltige Art des Zusammenlebens entwickelt und davor steht. Und das ist eine sehr gute Sache, zu wissen, wo ihr Essen kommt, wo ihr Wasser kommt, wo ihr Energie kommt. Das ist unsere Leben und wir haben es gegründet. Inspiration Lebensfreude Ganz Mensch werden Hinschauen und Tanzen Gefühle fühlen und reflektieren, was unsere Beziehungen ausmachen und was wir daran vielleicht noch kommunizieren und verbessern und aus dem Weg räumen können. Und dadurch fühlen sich die Kontakte einfach so aufgeräumt und irgendwie richtig an. F companion F digest賃 llega hop hole o m oder 書